so jetzt kommt die ganz besondere premiere nämlich diese schwarze lokomotive die ist noch nie bei uns gefahren wenn ich es recht weiß das ist die von meinem vater der hat übrigens heute geburtstag da gehen wir nachher auch noch hin deswegen ist es eine besondere premiere die lassen wir jetzt mal losdampfen so Da hängt noch ein Waggon. Da hängt noch an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunderbar. Top. 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 Top.